Ich denke, es ist einmal wieder an der Zeit, ein wenig was zum Thema Recherche zu sagen. Das Internet hat uns sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Wir können über die verschiedenen Suchmaschinen, heute auch KI-gesteuert, einfache Anfragen stellen und bekommen vermeintlich aus der ganzen Welt Informationen alles zusammengetragen, was wir zu einem Thema brauchen, denn alles ist digital. Und das ist natürlich eine große Erleichterung gegenüber dem, was ich früher gemacht habe, als ich noch studiert habe, beziehungsweise überhaupt in meiner Kindheit. Da hatte ich halt die Bücher, die ich in der Buchhandlung gekauft habe, das, was unsere Stadtbücherei hatte, später dann die Universitätsbücherei, also die Staatsbibliothek dann auch. Und da konnte man sich dann auch Dinge zuschicken lassen. Ich habe mir Exemplare von Dingen, die mich interessiert haben. Ich habe mich damals sehr stark für Tolkien interessiert für alles, was es an Publikationen gab. Da habe ich mir dann auch mal was aus Amerika schicken lassen, einfach um zu wissen, was in irgendeiner Publikation gesagt worden ist. Es gab ja, also in meiner Kindheit, weder ein Handy für die Jüngeren, noch einen Computer, diese ganzen digitalen Medien. Es gab Fernsehen mit anfangs drei, später ein paar mehr Programmen, Radio. Radio war dann schon ein bisschen wichtiger, da konnte man dann auch Sender zum Beispiel aus dem Ausland, aus England hören, habe ich teilweise gemacht. Aber letzten Endes alles sehr eingeschränkt und mit dem Internet hat sich das sehr stark geweitet. Und bisher ist mir schon immer aufgefallen, also seit es das Internet gibt, dass eigentlich viel zu wenig Sachen digitalisiert sind. Dann gibt es diese Projekte, dass Google Bücher scannt und so alles Mögliche, aber aus Bereichen, die mich interessieren, da stoße ich sehr schnell an Grenzen. Und deswegen stößt, das ist leider auch so, die KI an selbige Grenzen. Ich finde also vieles nicht, was ich suche, wenn ich es digital suche. Und in letzter Zeit ist da noch etwas dazugekommen. Mittlerweile finde ich Dinge nicht mehr, die ich früher gefunden habe. Erstmal ist es schwierig, historische Sachverhalte zu suchen. Wenn ich sage, ich möchte einen gewissen Sachverhalt, den ich jetzt in der Politik oder in der Wissenschaft erlebe, ich wüsste gerne, wie war denn das in den 80ern, 90ern oder Anfang 2000er Jahre? Was gab es da früher? Das ist sehr schwierig, da noch Informationen zu bekommen. Man bekommt immer nur die aktuellsten News und man muss da schon sehr aufwendig und gezielt recherchieren, selbst wenn etwas im Netz ist, diese älteren Sachen zu erhalten. Das andere, was noch viel mehr ins Auge sticht, man bekommt sehr viele Dinge schon nach kurzer Zeit nicht mehr, wenn sie politisch nicht mehr gewollt sind. Wenn etwas kurz viral geht, irgendwelche Grafiken, irgendwelche Texte, irgendwelche auch viel diskutierten Themen, sie verschwinden sehr schnell aus den Suchergebnissen, aus den entsprechenden Seiten, aus den Social-Media-Plattformen und sind im Internet dann auch nicht mehr erreichbar. So diskutieren wir über Themen, wo man sich die Quellensituation gar nicht mehr ansehen kann. Jetzt gerade erst kürzlich, ich kenne diesen Luke Mockridge nicht und mir ist er auch egal. Ich hatte eine behinderte Tochter, die leider verstorben ist und deswegen ist mir das Thema mit Behinderungen und auch Humor und Scherzen über Behinderungen geläufig. Und ich hätte mir das gerne mal angehört, was der so gesagt hat. Ich habe es nicht auf Anhieb gefunden. Ich habe es dann nach sehr aufwendiger Zeit, habe ich einen kleinen Schnipsel gefunden. Ich weiß gar nicht, ob das alles ist, was ich gesehen habe. Aber ich hätte mir einfach gerne angehört, um mir ein eigenes Bild darüber zu machen. Weil ich persönlich finde es nicht schlimm, wenn man über Behinderte auch Witze macht. Das sollten alle Menschen aushalten können. Man macht letzten Endes auch über alle Witze. Und ob das jetzt tatsächlich irgendwie eine extreme Grenzüberschreitung war oder ob man da gerechtfertigterweise jemanden beruflich irgendwie vor die Tür setzt oder was immer da jetzt geschehen mag. Das hätte ich mir halt gerne angesehen. Und solche Dinge sind nach kürzester Zeit im Netz schon nicht mehr recherchierbar. Es werden auch Dinge verfälscht. Und das hat nichts alleine mit der gängigen Suchmaschine, wenn man schon das Standardwort googeln nimmt, zu tun. Das ist bei DuckDuckGo oder so ähnlich. Ich kann in vielen Bereichen keine Informationen mehr finden, wenn ich etwas suche, was durch die Medien gegangen ist und irgendwo kritisch gesehen worden ist und ich mir da ein Bild zu machen möchte. Wir kommen also, und das ist meines Erachtens eben auch der Grund, hier nochmal ein Video dazu zu machen. Wir kommen trotz der Fülle an Informationen, die uns schier zu erdrücken scheint, mittlerweile wieder in das Zeitalter zurück, wo wir Offline-Recherchen bevorzugen müssen. Wir müssen sehen, dass wir uns die entsprechenden Schriftstücke anderweitig besorgen, gerade wenn es nichts Tagesaktuelles ist oder wenn es sie anderweitig zur Verfügung irgendwo gibt. Das ist das, was mittlerweile meines Erachtens für eine saubere Recherche wieder dazugehört, wenn ich Quellen haben will. Internetquellen sind keine verlässlichen und vor allem keine vollständigen Quellen. Der eine schreibt vom anderen ab, es werden Überschriften irgendwie zu großen Lauffeuern verbreitet und wenn man dann tatsächlich irgendwo im Hintergrund die Studie, aus der da zitiert wird, mannigfaltig, wenn man die dann doch zu Gesicht bekommt oder so, dann stellen sich die Sachverhalte oft ganz anders dar, wie es selbst in den Nachrichtenagenturen verbreitet wird. Also da ist mittlerweile einfach nicht mehr durchzusteigen. Man kann in dem Wust an Informationen nicht mehr erkennen, was tatsächlich eine Nachricht ist und was sie nicht ist. Das sollte man sich vor Augen halten, auch wenn man jetzt bedauern mag, dass jetzt durch die KI und durch Videos und Bilder immer noch offensichtlicher für breite Massen das wird, was schon lange getan wird, nämlich manipuliert. Es ist nichts Neues, aber es ist in der Masse breit und wir sollten von vornherein auch sogenannten seriösen Portalen in ihrer Berichterstattung nicht vertrauen, sondern wir sollten auf die Quellen gehen, wo es geht und eben auch offline suchen. Die Alternative dazu in vielen Fällen ist natürlich auch einfach mal sein Gehirn einzuschalten. Ein gesunder Menschenverstand kann sehr viele Dinge auch sehr schnell entlarven. Da wäre natürlich die klassische humanistische Bildung nicht schlecht, wenn man unterscheiden kann zwischen den verschiedenen Textgattungen, wenn man Kommentar von Bericht unterscheiden kann, wenn man weiß, was eine Literaturvorlage ist, dass man eben nicht jedes geschriebene Wort gleich wertet, sondern eben im Kontext sieht, dass man das Ganze eben auch versucht einzuordnen. Das natürlich kann man nicht ad hoc so erlernen, das ist Erfahrung, die man über die Zeit gewinnt. Auch hier offline lesen, das, was eben unsere Tradition, unser reicher Schatz an Wissen der Vergangenheit alles so bereithält, Systematiken, mit denen man sich auseinandersetzt, Philosophie ist da im klassischen Sinne, klassische Philosophie sicherlich nichts Schlechtes. Bisschen Platon, zum Beispiel Aristoteles, da kann man ruhig auch mal ein bisschen weiter zurückgehen, man muss da nicht unbedingt nur seinen Marx lesen und denke, das wäre Philosophie. Mal als kleine Seitenhieb. Ja, also insgesamt eine umfassende Bildung hilft beim Thema Recherche und ein intensives Nutzen der Suchmaschinen hilft nicht. Das ist so mein kleines Fazit. Das ist so mein kleines Fazit. Das ist so mein kleines Fazit. Das ist so mein kleines Vögel, das ist so mein kleines Fazit. Untertitelung des ZDF, 2020